So, und dann sind wir wieder bei Roach Legacy. Jetzt mach ich noch mal eine Folge, denk ich mal. Ich bin noch ein bisschen müde langsam. Naja. Machen wir noch eine Folge hier, du. Und dann geht er wieder los. Äh, äh, ach jetzt hab ich, wieso hab ich nicht so wenig Leben? Was ist denn das für eine Klasse? Ich weiß das jetzt gar nicht. Hab ich jetzt gar nicht geguckt. Naja. Einfach, einfach, einfach anklicken, ohne zu gucken, das passt schon. Take no damage. Nö. Hab ich ja noch unnötig damage bekommen. Oh, man. Loll, Loll. Achso, okay, okay, ich hab's noch bekommen. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, ich kann das schrotten, der Junge. Ja, okay, bin ich trotzdem gestorben. Ist mir egal. Ding, ding. Schuss, ihr Hero. So, mit... Ach, mage. Ach, mage. Mir ist halt P a day. Okay. Ist mir egal. 65 Gold, da können wir nichts mehr machen. Hui, hui. M95 Hilf nur. Hilf. Ist natürlich ein bisschen neuer. Aber gut. Ich soll mir egal sein, solange ich noch hier nur Schall mache. Ja. Können wir das eh wie so weitermachen. Äh, ich hab jetzt gar nicht gehört, wie ich schall... Lol. Was für ein Raum, Junge. Defeat all Enemies. Was sind diese Räume, ne? Seriously, Junge. Oh, hier ist. Ob ich jetzt nicht brauche? Aber egal. Zack, zack. Im nächsten Raum despaunt ist er sowieso, glaube ich. Ding. So. Ja, ja. Fairtest Objective ist mir egal. Scheiße, Mann, Scheiße, Mann, Scheiße, Mann, Scheiße, Mann, Scheiße. Diese Räume, ne? Aber ernsthaft. Achso, hier kommt mal... Kommen keine Schlacht mehr raus. Gut zu wissen. Oh, Idiot. Mann. Dammit. Nö. Nö. Nochmal nicht. So, hier können wir nicht drüber laufen, ohne weiteres. So, und ich kriege ja jedes Mal Mana. Natürlich. Auch nicht schlecht. Ein bisschen HP könnte ich nochmal gebrauchen. Muss ich nochmal gucken, ob ich das mal irgendwo finde. Stupid. Stupid Bitch. Nein. Ähm. Gut. Da war nichts weiter. Aber gut. Goll. Ich wollte da eigentlich ran. Huh. Hä? Default all enemy. Jo. Das hat sich halt unerledigt. Lol. So. Enter. Choose your hero. So, Hokage. Wir können mal den Hokage nehmen. Mal gucken, was passiert. Attack ab haben wir nicht. Mana ab. Könnten wir. Oh. 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 Come on. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Man, dann sind wir schnell schon wieder, Junge. Sollt ihr wieder ein Speedrun? Sollt ihr wieder ein Speedrun? Oder auch nicht? Alter, man, wie viel Schaden. What the fuck, man. Okay, pass mal auf. Wir machen jetzt hier mal, vielleicht nicht ganz so ein Speedrun, weil sonst werde ich schon überall her gehittet und das ist auch nicht so angenehm. Wir haben nur 50 HP mit dem Hokage. Das sollte man sich vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten. So, haben wir eigentlich ganz gut gemeistert gerade. Muss ich jetzt mal anmerken. Lol. Lol. Nein. Nein, ach. Okay, you're a fan of the man. Das ist geil. The Paladin. Wenn wir mal nochmal den Paladin, weil Paladin geil ist. Ja, ich finde Paladine geil. Was dagegen? Dö, dö. Achso, ich wollte mal gucken, wie viel Schaden ich mache mit dem Paladin. 44. Ja. Und 190 HP, damit kann man leben. Rein da. Hö, hö, hö. Lol. Zack, zack. Zack, 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 zack. So. You're a fan of the man. You're a fan of the man. Äh, damit ich hier nicht so viel Schaden bekomme. Äh, 193 Gold. Was geht denn da oben, Junge? Was ist da los? Was ist da los? Nee, das war unschlau. Das war sehr unschlau. Ich sag sogar schon unschlau, weil ich einfach nicht blöd sagen kann. Oh, Doppel, Doppelkill. Okay, da oben geht die Rückuparty ab. Äh, was ist da los? So. Alter. Zack. Und zack. Dieser. Ja. Da macht's mir nicht gerade einfach der Typ da. So. Hallo, tot. Nee, doch noch nicht. Ich hau mal die Stimme. Der. Der mit. Der mit, der mit, der mit, der mit. Okay, ich gehe runter. Ja, da kommt Stoffen raus. Ja, komm her, Mann. Nicht. Weck mich halt. Wenn du nicht mit mir kämpfen willst. Ja, ist klar. So. Das nervt mich. Das nervt mich. Hm, na, na. Okage. Barbarian King. Barbaria Blue. So. Wir haben eine neue Rune gefunden, glaube ich, ne? Yep. 700. We drain them off their health. Oh, das wäre ja auch geil. Die Vampir Rune. Oh, da haben wir ja was Neues hier. Bloodchist. Ach nee, wir können ja. 25 können wir nicht. Das war... Ich würde die Night Shests haben. Habe ich noch nicht genug Geld für... Oh, das ist jetzt eigentlich eine Verschwendung, Mann. Das ist eine wichtige Verschwendung. Hm. Gut, egal. Nehmen wir das so. Hui. Hui. Alles kaputt, hauen erst mal. Grundsätzlich vom Anfang an erst mal... Alles kaputt, na. I hate those rooms. Gut, hier kommt nichts raus. Okay. Das muss man ihm ja erst mal sagen, ne? Und... Und... Und so. Oh ja, da haben wir doch noch ein bisschen... Ah ja, äh... Nja. 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 Komm schon. Fall einfach runter, Junge. Ja, für das bisschen Gold, ne? Shit, Mann. Oh, das ist knapp, Junge. Warte mal. Das Mikrofon ist immer noch warm. Strange. Komm mit her. So. Haben wir noch zwei MP dazu bekommen. Alter, wieso hat er mich gerade nicht getroffen? Zack. Upp. Was... Was geht denn? Mann. Was geht denn hier? Gut, den haben wir. Den haben wir auch. Alle kaputt. Zack. Ich will auch so aussehen. Komm. Dankeschön. Ohne Blueprint. Blood Cape. Damit können wir bestimmt auch... HP von den Gegnern abziehen. Wurde mir auch gefallen. Muss man da erstmal ein bisschen... mehr Geld für haben. Deswegen müssen wir hier echt alles abgrasen. Wow, das war knapp. Das war mir noch... Ne. Alter. Alter. Was ist da los? Gut, warte mal. Ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. Wollen wir mir anders sitzen hier? So. Ne. The Land of Darkness will ich nicht. Ne. Ach, da kommt man überall hin. Da waren aber schon überall so scheiß Gegner. Ne, da will ich doch niemals hingucken. Guck dir das mal an, Junge. Was ist da los? Was ist da los? Na, warte mal. Unten können wir auch noch hin? Da geht's auch irgendwo hin. Ist das auch The Land of Darkness? Ja. Ist das... Das ist eine absolute Scheißgegend. Aber ohne Spaß. Da, wo es niemals... Da, wo es immer dunkel ist. Oder da, wo es niemals hell würde ich... Da, wo nie die Sonne hinscheint. Das ist das da unten, weißt du? Ohne Jukebox. Du, 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 du. Na komm, schieß. Oh, ein bisschen Gold, ne? Kann ich schon. Aua. So. Haben wir doch gut gemeistert. Was ist da los? Ähm... Ich hätte aber gern Gold vielleicht für beides. Wenn wir uns beides bauen können. Auch dieses Blood Cape noch. Weil... Das ist ziemlich geil, wenn man damit HP von Gegnern abziehen kann. Da oben waren wir noch nicht. Ah, da oben wollten wir gar nicht rein. Hab ich Gott so festgestellt. Ähm... Was ist denn das? Was ist denn das? Mann. So. Auf wenigstens Gold. Ach komm. Ja, ist doch nichts Neues mehr. Gib mir... Gib mir noch mehr Schein, Junge. Hit me, Baby. One more time. Ist ja ein kleiner Folgentitel irgendwie. Featuring... Wer war denn das? Sarah Connor? Keine Ahnung. Fresse. Fresse. Ja. So. So. Und so. Überall Scheißgegner und ich bin tot. Ich bin tot. Überall Scheißgegner und ich bin tot. Tot, 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 tot. Ja, 15 Minuten haben wir erreicht. Und wehren wir noch den Gegner... Äh, den Typen für nächstes Mal aus. Ah, b-b-b-b-ba. Boah, kann man nicht nehmen. B-b-b-b-b-b-b-b-b. So, wir haben ein neues Cape. Blood Cape. Health plus 1 Vampirism. Das ist natürlich... 700. 700. Ja, machen wir erstmal das hier. Kill enemies to regain health. Gut, Leute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, Roach Legacy. Ja, und bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und auf Wiedersehen. Tschüss.